Wir sind Mille-Entreprise Kostenfonds aus dem Maler. Meine Team ist der erste Schüler aus dem Maler. Wir sind der erste Schüler aus dem Maler. Wir sind der erste Schüler aus dem B, C und D. Wir sind der St. Frank, der Pool Bost, der Maxi Sonntag und der Pool Busenius. Wir sind direkt aus dem St. Frank, direkt an der Pool Busenius, der responsable für den Design Pool Busenius, der responsable für den Verkauf und Publizität, der Pool Busenius, und dann der responsable für die Kontabilität, der Maxi Sonntag. Unser Produkt besteht so aus, dass wir individuell die Idee haben, Bierfunkböcher mal. Wir bestellen Bierfunkböcher für unsere Klienten. Und die Idee vom Klient natürlich auch gepasst. Sie gehen aus dem Jahr an der Design-Idee, die gehen dann aus einem Prim-Sport ausgedrückt, und dann noch Bierfunkböcher abgedrückt. Dann kannst du Bestellungen online machen, kannst du auch oft mit euch privat kommunizieren, so wie man euch kennt. Und dann, wenn du ein Brot wieder fertig hast, also Bierfunkböcher mit der Folie abgepasst, liefern wir die dann noch in den Klienten aus. Dann, wer und wo machen wir den Klienten, also größten jetzt machen wir das Klienten aus Social Media, zum Beispiel über die Plattform Instagram. Dann haben wir auch Sticker oder Flyer, die Seite, die wir dann noch überall abhängen können, und dann eben für Mund-zu-Mund-Propaganda. Da gibt es auch noch unseren QR-Code, den könnt ihr da scannen, da kommt ihr auch immer das Instagram-Seite. Von daher könnt ihr auch direkt da noch bei so einem Bestellformular kommen. Dann kommen wir zu unserer Klientel. Als Klientel, sie grieft eine Direktion von Leuten, Unterprisen, einen Club der Jüngeren und Vereinen, die dann eben gerne eine individualisierte Wirkung durchsetten, mit denen sie sich identifizieren können, an denen sie sich repräsentieren. Dann kommen wir zu den Preisern. Als Preisern, dann kommen wir zu unseren Finanzen. Im Moment sind noch ein Ausgaben auf den Gutschdäcken hin, die wir uns annehmen, die wir uns annehmen, die wir uns annehmen, als Produzent zu verkaufen. Wie wir uns annehmen, als Aktionen, die wir verkaufen, von 400 Euro an den Sponsor, die wir von einer BGL-Code von 150 Euro und das Geld, wie wir uns annehmen, sind Bierpunkte, die wir für 920 Euro annehmen, wie Sticker, die, also, wie für die Verklammen, Stickeren von 580 Euro und für die Verklammen auch den QR-Code, den er eigentlich 780 Euro gekostet hat. Für dann, also sollte ich unter die T-Leute dabei 4.180 Euro und das entspricht ungefähr 23.20 Euro verkauft in Deutschland. Und so, mal danke für die Nullerstreine und hoffe, dass es dann durchaus bestätigt.